hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute wollen wir uns anschauen wie man ein zusätzliches backup von seinen proxmox lxc oder vms machen kann wo die backups außerhalb seines netzwerks gelagert sind so ein offsite backup hat viele vorteile und sollte eigentlich bei keiner backup strategie fehlen denn der schlimmste fall ist natürlich dass irgendwie eure backup server das so kaputt geht und ihr keinen zugriff mehr auf eure backups habt dann ist natürlich so ein offsite backup wirklich sehr gut und da habt ihr auch ein sehr geringes risiko dass eure daten irgendwie kaputt gehen und so denn dafür ist ja der cloud anbieter zuständig hier haben wir natürlich viele möglichkeiten denn es gibt ja wirklich sehr viele anbieter auf dem markt und eine der ich sag mal bekanntesten oder auch wo viele benutzen ist herzner bei herzner kriegt man cloud speicher wirklich sehr sehr günstig wenn man hier mal das kleinste paket anschaut bekommt man das schon weit unter fünf euro und das ist wirklich ein sehr gutes angebot und mit diesem wollen wir das ganze auch machen wenn wir mal hier auf die herzner webseite gehen können wir hier oben auf den punkt storage klicken und dann hier die storage box und hier sehen wir wir bekommen das ganze für 3 euro 81 für 1 terabyte oder wenn wir mehr brauchen 5 terabyte für knapp 13 euro war schon wirklich ein sehr sehr gutes angebot ist wenn man hier etwas runter scrollt sieht man auch was alles unterstützt wird also eigentlich alles gängige was man irgendwie nur brauchen könnte wird hier unterstützt neben den klassischen wie ftp sftp aber auch ersink wird unterstützt web darf und natürlich auch samba oder xivs und mit dem wollen wir das ganze auch machen also man hat hier wirklich sehr sehr viele möglichkeiten des weiteren bietet hetzen euch die möglichkeit snapshots zu machen was wie ich finde auch bei dem preis nicht unbedingt selbstverständlich ist und hat natürlich noch mal deutlich mehr vorteile und flexibilität bei den server können wir auswählen zwischen deutschland und finnland damit haben wir natürlich auch einen sehr hohen datenschutz wenn die server deutschland sind weil es gibt bestimmte vorgaben und dies natürlich deutschland wie alle wissen wirklich sehr sehr hoch und damit haben wir auch eine hohe sicherheit für unsere daten natürlich kann man seine ganze data noch verschlüsseln das wollen wir uns aber diesen video nicht anschauen da können wir gerne ein separates video dazu machen aber ich würde mal denken dass hetzen ein sehr vertrauenswürdiger partner ist woher eigentlich keine bedenken um eure daten haben ist und wenn ihr irgendwelche server oder so in der cloud mietet dann sind ja in der regel eure daten auch unverschlüsselt natürlich hat bei herzen dann nicht jeder zugriff oder so aber vom prinzip her wenn wir uns dann hier für eine storage box entschieden haben klicken wir ganz einfach auf bestellen wählen dann hier unseren server noch aus entweder deutschland oder finland gehen in den einkaufswagen und bestellen das ganze ich habe mir schon eine storage box gekauft und vorbereitet dazu gehe ich hier mal in meinen account rein auf storage box habe hier ganz normal die 1 terabyte variante gekauft und so sieht das ganze dann aus wir haben hier unsere zugangsdaten müssen hier unten hat einmal ein kennwort erstellen und dann können wir auch schon loslegen die bestellung geht relativ schnell das dauert vielleicht fünf bis zehn minuten dann bekommen wir schon die zugangsdaten und können damit direkt loslegen in der storage box müssen wir als erstes mal hier die ganzen punkte aktivieren hauptsächlich eigentlich hier diesen samba support und die externe erreichbarkeit alles weitere können wir auch auslassen wenn wir das nicht brauchen generieren hier anschließend ein neues kennwort und dann können wir damit auch schon starten wenn ihr irgendwann merkt dass euer speicherplatz voll wird könnt ihr auch ganz einfach upgraden ohne hier eine neue storage box quasi kaufen zu müssen und die ganzen daten hin und her ziehen sondern ihr könnt das ganze einfach hier erweitern und könnt sagen wenn ihr in einem jahr merkt 1 terabyte ist voll und ihr braucht mehr und wollt eure daten nicht löschen oder so könnt einfach auf die 5 terabyte variante upgraden und habt somit noch mal 4 terabyte zusätzlicher speicherplatz so viel mal zur storage box ganz genau wollen wir hier gar nicht darauf eingehen was man hier mit snapshots und so alles machen kann wir gehen direkt in unseren proxmox server loggen uns hier ein mit root und unserem kernwort und jetzt können wir natürlich hier umständlich das ganze über die konsole machen geht aber noch viel einfacher wir gehen hier auf das rechenzentrum gehen auf storage dann auf hinzufügen sagen hier smb oder xivs vergeben hier einen namen ich sage jetzt einfach jetzt eine storage box dann beim server tragen wir einfach hier diese server url ein beginnt immer mit eurem username und your-storagebox.de einfach rauskopieren einfügen benutzername rauskopieren dann hier euer kennwort das ihr vorhin festgelegt habt und bei share tragt ihr einfach backup ein das ist ja eigentlich nur dieses verzeichnet was hier beim smb share angegeben ist ich glaube die große kleinschreibung ist eigentlich egal wenn ihr hier noch ein unterverzeichnis machen wollt könnt ihr zum beispiel hier sagen slash proxmox das solltet ihr allerdings vorher anlegen ich manchmal habe das schon gemacht und zwar sieht das bei mir so aus ich habe hier meinen unterordner in meiner storage box mit proxmox und da möchte ich dass alle meine backups reinkommen dann müssen wir noch den inhalt auswählen ich sage jetzt hier sollen nur backups gelagert sein domain können wir leer lassen und klicken auf hinzufügen und werden gleich sehen dass ein fehler kommt das liegt jetzt aber nicht daran dass eure storage box falsch eingerichtet ist oder das nicht kann sondern das liegt einfach an der fritzbox denn diese blockiert diese verbindung um das ganze freizugeben gehen wir zur fritzbox rein loggen uns hier ein gehen auf internet filter und dann auf listen klicken hier unten auf die globale filter einstellungen und müssen jetzt hier diesen net bios filter deaktivieren denn dieser blockiert das ganze also einfach den hagen rausnehmen übernehmen klicken und wir klicken auf hinzufügen und dann sollte das ganze auch funktionieren und dann ist auch hier unsere storage box erfolgreich hinzugefügt sollte das auf anhieb nicht funktionieren macht das fenster noch mal zu gibt eure daten neu ein und dann sollte das ganze aber auch funktionieren und dann haben wir schon unsere deutsche box hinzugefügt und können schon mit den backups beginnen ich nehme jetzt hier einfach mal zum test den uptime kuma container klicken auf backup backup starten wählen jetzt hier unseren storage aus in dem fall ist die herzen der storage box auch hier wird uns der speicher angezeigt ich habe hier schon ein paar daten drauf deswegen sind es nicht mehr ganz so viel aber 990 gb sind immer noch genug dann den modus können wir auf snapshot lassen und sagen backup und dann wird das backup gestartet bei der dauer vom backup kann es natürlich ganz stark davon abhängig sein wie schnell eure internet leitung ist denn gerade upload ist in deutschland jetzt nicht allzu schnell wenn es sich gerade glasfaser kunde seid und da das höchste paket gebucht habt kann das immer in der regel etwas dauern nichtsdestotrotz macht am besten abends und so wenn ihr eh nichts macht dann könnt ihr es einfach im hintergrund laufen lassen und dann passt das ja ihr müsst ja hier nicht jeden tag alle container und alle virtuellen maschinen sichern denn ihr braucht immer ein lokales backup um schnell zugriff auf eure daten zu haben wenn ihr mal was wieder herstellen müssen und das nicht erst aus dem internet heruntergeladen werden muss aber für den fall der fälle haben wir auch ein offside backup und falls irgendwas kaputt geht an der backup server können wir immer noch auf diese daten zugreifen im idealfall werden wir das die brauchen aber besser haben als brauchen und von dem her ist es immer eine gute sache und bei vier euro monat ist es auch nicht allzu teuer und je nachdem wie wichtige daten ihr drauf habt ist es auf jeden fall ratsam das ganze zu machen gerade wenn ihr sahen habt wie paypal ist wo viele wichtige dokumente drauf habt oder auch den volt worden wo sämtliche passwörter von euch gespeichert sind da ist es auf jeden fall ratsam das ganze so zu machen jetzt lassen wir das backup noch kurz durchlaufen das soll jetzt eigentlich relativ zügig gehen und dann haben wir es auch schon geschafft und haben somit erfolgreich unsere storage box zu proxmox hinzugefügt natürlich liegen jetzt unsere ganzen backups hier noch unverschlüsselt denn ich kann ganz einfach diese datei mit dem zip programm aufmachen und kann quasi meine daten anschauen wie man das ganze auch verschlüsseln kann das schauen wir uns in einem separaten video an denn das ist etwas aufwendiger aber es auch machbar da muss ich das selber entscheiden möchte das ganze machen das dauert natürlich etwas länger braucht etwas mehr leistung da natürlich die daten erst mal verschlüsselt werden müssen und dann hochgeladen werden aber für dieses video sind wir eigentlich schon am ende das backup läuft jetzt hier noch im hintergrund durch und sollte dann auch gleich fertig sein falls ihr irgendwelche fragen bis hierhin habt oder irgendwas unglas sein sollte schreibt das wir immer sehr gerne in die kommentare dann werde ich euch dort versuchen zu helfen wo es geht wenn euch das kurze video gefallen hat lasst natürlich sehr gerne ein like da wenn ihr keinen neuen wie es mehr verpassen wollt lasst euch auch sehr gerne abo da und dann würde ich sagen sehen wir uns nächsten video wieder bis dahin macht's gut und ciao